ich heiße sie ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen webinar ich versuche gerade noch die folie weiter zu schalten mein name ist jörg krieger ich bin freiberuflicher journalist buchautor und arbeite auch für korelle marketing und darf sie heute durch das programm führen mit an bord ist zusätzlich wie immer bewährt unser pr spezialist der peter knoll und ich sage mal auch ein absoluter software käme in sachen bildbearbeitung hallo peter prima er wird im hintergrund wie immer bereitstehen und auf fragen eingehen die während des webinars auftauchen und die werden wir natürlich sofern wir sie direkt beantworten können dann auch im anschluss oder zwischendurch beantworten da schauen wir einfach wie es reinpasst so grundsätzlich wird es darum gehen was ist painter essentials überhaupt da möchte ich einfach mal kurz zeigen was mit der software machbar ist ich gehe mal davon aus dass sie die software entweder gekauft haben oder im rahmen der kooperation mit der digital foto oder der mac live erworben haben da war es ja als als kostenloser download mit dabei genau einfach mal das kurz vorab wenn sie die software noch gar nicht kennen dann geht es darum grafiktablett oder maus wo sind die vorteile wenn man ein grafiktablett nutzt dann schauen wir uns kurz die benutzeroberfläche an und dann geht es auch richtig in die praxis wir werden digital foto in ein gemälde umwandeln und schauen was uns painter hier für möglichkeiten gibt wir werden zusätzlich ein da so umgewandeltes gemälde natürlich da noch ein bisschen bearbeiten wir lassen uns ja nicht nur mit der automatikfunktion abspeisen dann werden wir ein foto von einer vorlage malen mit so einer paus papier funktion und dann geht es noch ein bisschen um freies malen kreativ funktion das schauen wir uns einfach da noch an was painter essentials hier noch bereit hält und dann geht es auch noch auf dem bildexport und vielleicht noch einen kleinen ausflug was painter 2020 der große bruder von painter essentials eigentlich alles kann genau und dann schalte ich jetzt mal den bildschirm um dann gehen wir mal hier raus und gehen direkt in painter essentials so genau ich habe in der central schon mal geöffnet und auf der rechten seite habe ich mein grafik tablet eingeblendet dass sie auch sehen was ich sozusagen mit dem stift hier alles anstelle jetzt geht es aber einfach mal darum was ist painter essentials überhaupt painter essentials ist ein malprogramm im grunde genommen ihre digitale staffelei mit painter essentials kann man wirklich eine vielzahl an bekannten malstilen imitieren und painter essentials simuliert die auch wirklich naturgetreu das heißt man hat hier die möglichkeit wirklich mit einem klick zwischen wachsmalstift und aquarell zu wechseln alles zu kombinieren und man hat aber im grund genommen alles auf seinem computer kann alles nutzen rückgängige funktion etc um hier dann kreativ loszulegen und das schöne ist dass painter essentials dass die farben miteinander reagieren das heißt auch eine wasserfarbe verläuft ineinander ein bleistift fällt sich wie ein bleistift eine kreide wird einfach auch wie eine kreide simuliert und man kann auch verschiedene untergründe wählen das alles ist in painter essentials möglich und man kann auch selbstverständlich digital fotos in gemälde umwandeln das ist was wo wir uns im anschluss gleich anschauen werden und sie sehen auch hier jetzt das habe ich hier mal eingeblendet ich denke man sieht zum bildschirm das sind jetzt die malwerkzeuge die hier zur verfügung stehen hier beispielsweise aktuell öl pinsel hat man die ganze auswahl wir haben erbosch künstler da gibt es ein van gogh pinsel wir haben foto malwerkzeuge wir haben ein digitales aquarell ganz ganz viele verschiedene stile die man hier einfach per klick auswählen kann und wir gehen jetzt hier einfach mal rein in bleistifte federn und marke und nehmen die feine feder jetzt kommt nämlich zu dem punkt warum ich eigentlich überhaupt hier so ein grafiktablett von wacom habe das ist das sintik das ist das einsteiger tablet das hat ein display und ich male auf dem display das heißt man hat hier ein echtes mal feeling man malt quasi wie auf einem digitalen papier auf einer digitalen leinwand und das ist natürlich super interaktiv es gibt auch grafiktabletts die starten schon bei 60 70 euro gibt es auch von wacom die haben die kleinere zeichenfläche die ist dann so postkarten groß und da malt man im grunden haben wir so auf dem touchpad vom notebook und das bild wird am rechner übertragen ist nicht ganz so interaktiv das hier ist natürlich schon richtig komfort haben wenn man ambitioniert ist macht es hier natürlich auch so ein grafiktablett mit display noch mehr spaß man kann das grafik display dann auch als zweiten oder dritten bildschirm nutzen das ist ganz easy machbar doch jetzt erst mal die frage warum überhaupt ein grafiktablett ich zeige es mal mit der feinen feder ich schreibe jetzt hier einfach mal was ja das funktioniert ja ganz einwandfrei oder geht auch in schreibschrift so das war jetzt eigentlich ganz unkompliziert und jetzt machen wir das ganze mal mit der maus auch die sieht man hier noch am rande jetzt versuche ich mal hier einfach nur die druckbuchstaben schreibschrift versuchen wir überhaupt gar nicht so also das sieht dann nicht mehr nicht mehr nach kindergarten aus das ist also sie sind selber also bei schrift geht gar nicht und auch wenn ich versuche zu malen oder zu zeichnen ich bekomme mit der maus keine geraden striche hin keine runden striche ich bekomme keine dynamik rein und vor allem was ganz gravierend ist dass ich hier diese diese drucksensitivität die mit dieser stift bietet das erkennt nämlich painter painter erkennt das ist jetzt die frage ich vergrößere mal massiv den pinsel ob man es dann sieht ja ich glaube dann sieht man es ganz gut dass hier painter auch erkennt im werkzeug wie ich meinen stift halte und dementsprechend wird dann auch der pinsel oder die spitze das ist natürlich gratis personen kalligrafie pinsel wie ich ihn habe bei so einem kalligrafie stift würde es natürlich massiv was ausmachen bei einem passermal pinsel jetzt weniger aber pende erkennt wie stark ich drücke und in welchem winkel ich den stift halte und das geht natürlich mit der maus alles überhaupt nicht also deshalb meine empfehlung wenn sie bock haben da einfach mehr und tiefer einzusteigen in das digitale mal wenn sie lust daran haben lohnt sich das investition in grafiktabletten man kann tatsächlich auch mal mit einem günstigen starten ja das grafiktablett was ich jetzt hier habe von wacom das sind das ist um die sechs siebenhundert euro glaube ich ist es aktuell es gibt natürlich auch welche für 1600 euro es gibt auch grafiktabletts von wacom die haben dann ein computer mit drin und ein akku das heißt man kann es dann quasi ohne kabel man kann sich in den garten setzen und sich da inspirieren lassen aber das ist dann wirklich jedem selbst überlassen das nur zu beginn warum es einfach mit der maus wenig spaß machen wird hier zu malen und jetzt geht es aber einfach darum dass wir uns die benutzeroberfläche direkt kurz anschauen von painter essentials dazu mache ich hier mal kurz alles rückgängig und wir machen uns noch mal eine schöne weiße überfläche oder ich mache es einfach zu und was einfach noch mal neu hier sieht man übrigens dann schon so sachen ich kann zum beispiel die struktur im hintergrund auswählen die danach berücksichtigt wird ja in dem fall die verschiedenen papier sorten hier habe ich verschiedene ja zum beispiel geripptes pastell papier drin und dann gehe ich hier einfach rein und macht entsprechend hier mein arbeitsbogen und jetzt gehen wir einfach mal kurz durch wie painter eigentlich funktioniert ich habe hier oben eine bekannte werkzeugleiste die man hier entsprechend sieht und hier sind dann immer die verschiedenen einstellungen zum werkzeug natürlich auch hier an der werkzeugpalette links habe ich als erstes mein malwerkzeug und die malwerkzeuge wähle ich aus dieser palette oder die gibt es auch noch schwebend sie kann man sich dann irgendwo hinziehen wo man sie gerade braucht da werde ich jetzt mein werkzeug aus beispielsweise jetzt diesen ölpinsel feines kamelhaar und dann kann ich los malen wenn ich jetzt los malen merkt man auch hey okay wenn ich fester drauf drücke ja dann wird dann drückt man quasi den pinsel aufs papier und dann kann man hier quasi dann schon richtig loslegen wenn ich die farbe ändern möchte ich möchte sicherlich nicht immer nur mit schwarz malen habe ich verschiedenste möglichkeiten ich habe einmal dieses farbwählrad das kann ich auch in der größe verändern wie ich das möchte und ich kann es eben verschieben das heißt bin ich jetzt vor ort und beispielsweise mal jetzt hier wirklich in details dann kann ich hier mir das farbwählrad ganz nah ran holen und muss eben nicht immer irgendwo hinfahren sondern kann mir das farbwählrad hier ganz detailliert her holen und hier dann loslegen ich habe andererseits noch die möglichkeit um ähnliche farben zu erwischen hier in dieser palette den mischer den ich mir jetzt immer kurz auskoppel auch den kann ich mir dann hinstellen und kann hier wie auf so einer staffelei entsprechend hier mir die farben raussuchen mit dem farbwähler und dann auch losmalen ja hier ein bisschen einen dunkleren farbton das ist dann einfach die harmonie die man hier vielleicht mit dieser mischerpalette ein bisschen besser im griff hat als über dieses farbwählrad das ist aber wirklich geschmackssache da kann man einfach schauen wie es einem gefällt und dann entsprechend loslegen zusätzlich habe ich dann noch hier diese painter farben das sind einfach farbpaletten wie man sie eher vielleicht aus einer grafiksoftware wie corral draw kennt dass ich hier einfach eine palette mit den verschiedensten farben habe um hier loszulegen genau dann wähle ich ja das blau aus und habe dann auch das blau und logischerweise reagiert das farbwählrad entsprechend mit genau das ist so zur farbauswahl das ist ja mit das wichtigste wenn man kreativ malt dann habe ich hier eben die werkzeugleiste mit den verschiedensten werkzeugen mit zoom mit noch beschneiden mit radierer mit textwerkzeugen farbeimer also so die klassiker auch aus der bildbearbeitung die man so kennt übrigens ein ganz nettes feature bei diesem stift ist wenn ich ihn umdrehe habe ich einen radierer ja das heißt da kann ich dann entsprechend auch hier sachen einfach wegradieren wenn ich den stift drehe und wenn ich ihn wieder umdrehe habe ich mein malwerkzeug und kann wieder drauf malen das ist natürlich ein schöner unterschied zur staffelei oder zum papier dass ich hier immer direkt reagieren kann noch zu den anderen werkzeugen also den paletten ich habe hier die farbpalette wir schauen uns die fotomalerei palette in kürze an wird als nächstes direkt da kann man eben die umwandlung machen in ein gemälde und ich habe hier noch ebenen auch das ist ebenen diese ebenen palette hier ganz außen die funktioniert auch ähnlich wie in jeder bildbearbeitung das heißt ich kann mir hier dann verschiedenste ebenen anlegen beispielsweise wenn ich eine aquarellebene habe und darüber noch mit bleistift zeichnen oder kohle dann habe ich die möglichkeit hier entsprechend zu arbeiten und mir verschiedene ebenen anzulegen ist im ersten step jetzt nicht erforderlich aber es ist ja wichtig dass man einfach weiß wie die ganze sache funktioniert und dann ja dann können wir jetzt schon direkt loslegen mit unserem ersten projekt und zwar wird es darum gehen wie kann ich ein foto in ein gemälde umwandeln lassen weil das ist ja im grunde genommen als einsteiger vielleicht das problem ich kenne mich mit der software noch nicht so aus ich fange hier an frei zu malen und irgendwie sind die ergebnisse einfach nicht so wie ich es mir vorstelle und ich lasse die software legt die beiseite und das ist eigentlich sehr sehr schade deshalb empfehle ich wenn sie mir das auf der starten starten sie mit der foto malerei das macht riesig spaß und ist eine super grundlage um hier auch mit digital fotos die man schon hat richtig schöne bildergebnisse zu erzielen und zwar funktioniert es folgendermaßen zuerst wählt man ein foto das hier ist ein bisschen missverständlich ausgedrückt das heißt übersicht eigentlich müsst ihr stehen bild laden aber egal wir gehen in die übersicht und holen uns ein beispiel motiv her ich habe hier schon was vorbereitet ein wahrscheinlich ihnen recht bekanntes schloss das sehen wir gleich noch im detail das ist jetzt hier erstmal ganz klein aufgelistet als nächstes muss ich den stil wählen und hier habe ich dann verschiedene stile zur auswahl öl gemälde finde ich jetzt ganz fein und dann drücke ich auf start und dann macht die software ein automatisches gemälde daraus es fängt relativ grob an wie man sieht also da ist jetzt vom schloss noch nicht viel zu erkennen aber wir lassen ihn einfach mal malen übrigens ist auch das ergebnis jedes mal wenn man diesen diesen automatischen malen mechanismen startet anders painter ist da wirklich kreativ und es ist einfach nicht nicht einfach ein effektfilter wie man ihn vielleicht aus normaler bildbearbeitung kennt wo man sagt wandelt mir ein öl gemälde rum ich kann vielleicht noch die strickstärke wählen sondern hier wird individuell nach motiv entsprechend die pinselführung gemacht und man sieht das wird eben stück für stück immer immer detaillierter und das ist natürlich ein heidenspaß also ich finde es immer wieder faszinierend wie der painter dann ein wirklich aus meinem digital foto ein gemälde malt übrigens ist es auch ein tipp für ein schlechtes handy foto oder einfach ein bild das man super schlechte auflösung hat auch da kann man dann durch die umwandlung in ein gemälde das noch retten und sogar noch ein kunstwerk daraus zaubern und genau jetzt an der stelle finde ich schon ganz prima ich kann nämlich auch jederzeit hier die umwandlung stoppen ich sage jetzt an der stelle einfach mal stopp übrigens irgendwann hört painter auch von alleine auf also wenn das bild zu ende gemalt ist dann ist es zu ende gemalt aber ich kann eben hier diesen prozess jederzeit dann stoppen wenn ich es für richtig halte das finde ich ganz praktisch und jetzt schauen wir uns das ganze mal an was hier passiert ist wir gehen hier einfach mal rein und das hat painter jetzt hier aus unserem foto gemacht das gesamte bild wurde jetzt als öl gemälde umgewandelt und ich finde das eigentlich vom stil her echt schon richtig super und ja das funktioniert mit fast jedem motiv da muss man einfach schauen manche eignen sich besser manche nicht so gut auch mit den stilen da muss man einfach ein bisschen experimentieren das macht letztlich auch an der ganzen sache richtig spaß und jetzt habe ich die möglichkeit in painter essentials jetzt noch eine kombination zu machen weil das ist jetzt auto gemalt ich könnte mit dem bild ich könnte jetzt drucken ich kann es exportieren was auch immer damit machen aber jetzt in painter und da fängt jetzt der kreative part an ich habe die möglichkeit in painter jetzt bild und gemälde zu mischen und das macht richtig spaß hier hat painter automatisch schon wie man an den werkzeugen sieht den kloner weich aus den foto malwerkzeugen ausgewählt doch was macht der foto kloner der macht folgendes er holt aus sozusagen dem gemälde wieder foto details hervor ja man kann sich so vorstellen das gemälde liegt im hintergrund mit dem foto kloner hole ich mir jetzt wieder bildbestandteile ins bild beispielsweise finde ich jetzt hier eigentlich bei dem gesamtbild schön dass also jetzt vorne der hintergrund dass die bäume so unscharf sind dass die schön gemalt sind auch dass der hintergrund der himmel gefällt mir gut aber jetzt hier bei den fenstern oder jetzt auch hier vorne ist es doch ein bisschen wild am schloss und das hole ich mir zumindest teilweise wieder zurück indem ich jetzt einfach mit dem kloner mit dem fotomahlwerkzeug kloner einfach los male und jetzt sehen sie im grunden an was passiert hier kommt stück für stück das original zum vorschein wenn ich nicht so stark drauf drücke ich habe jetzt die deckkraft auf 50 prozent das bedeutet solange ich den stift nicht absetze wird nur 50 prozent des originalbildes wieder hergestellt wenn ich wieder drüber male werden wieder 50 prozent mehr drüber gemalt ja das heißt wenn ich ganz will drüber mal habe ich irgendwie ganz schnell 100 prozent möchte ich das nicht so detailliert dann stelle ich die deckkraft ein bisschen runter und mal dann kann dann hier ein bisschen freier einfach kreativ drüber malen und ich glaube sie sehen schon was hier passiert das heißt diese ganz wilden sachen man kriegt hier eigentlich eine schöne linie rein und wie ich finde eine super charmante mischung aus gemälde und ja und foto und ich mache das jetzt hier natürlich wirklich im schnelldurchlauf ansonsten kann man sich ja natürlich durchaus stundenlang mit vergnügen aber es geht ja hier um einfach ihnen zu zeigen wie man hier kreativ arbeiten kann und sie können sie dann zu hause an ihren bildern selbst ausprobieren wo ich sage hey dieser turm der ist ja völlig unkenntlich den möchte ich ein bisschen schöner haben schwupps ist er da auch hier das ist auch mir ein bisschen zu wild hier hole ich einfach ein bisschen nur ganz leichtes foto hervor und habe dann unterm strich mit wirklich wenig aufwand ein von painter und auch ja und auch mir gemaltes schönes bild auch dem turm her gebe ich ein bisschen von seiner kontur zurück ja genau und kann dann hier entsprechend einfach schauen wie es mir gefällt und ja ich habe dann hier eine schöne kombination aus gemälde und foto geschaffen und das ist eigentlich sehr sehr reizvoll wenn sie gerne fotografieren dass man hier seinen bildern einfach mal einen ganz neuen look gibt das schöne ist es funktioniert auch toll bei porträts das werde ich jetzt nämlich auch gleich noch dazu machen ich werde jetzt gleich noch ein porträt foto mit ihnen bearbeiten dass man einfach mal sieht was man auch mit einem porträt dann schönes anstellen kann dazu schließe ich dieses bild ich speichere es mir mal kurz ab und zwar im painter format das nichts verloren geht es dauert jetzt einen kleinen moment und ich hole mir ein neues bild und zwar habe ich jetzt hier ein porträt bild und das möchte ich jetzt auch umwandeln und ja ich lass mal öl gemälde gefällt mir ganz gut vom stil her und lass mir das bild jetzt auch entsprechend malen auch hier sollten wir einfach ein bisschen warten bis wir zumindest die gesichtszüge erkennen das ist dann doch ein bisschen zu abstrakt aktuell aber man sieht schon dass es schnell besser wird übrigens empfehle ich auch wirklich sie müssen nicht mit ihrer mit ihren 20 megapixel bild hier anrücken sie können das vorher in der bildbearbeitung kleiner rechnen je größer das bild desto länger dauert der malvorgang und das ist eigentlich gar nicht nötig stopp jetzt gefällt mir das an dieser stelle jetzt das fahrrad weg und ich mache es mal etwas größer das macht was man sieht so genau und jetzt haben wir hier an dieser stelle bei diesem porträt eigentlich die schwierigkeit ja ein porträt lebt durch die augen und durch den mund durch mund und auge erkenne ich ja welche person es ist das wird hier jetzt ein bisschen schwierig auch das ohr ist wirklich ja grenzwertig den rest finde ich eigentlich ganz reizvoll aber von daher würde ich jetzt hier empfehlen wieder mit dem fotokloner zu arbeiten und diese partien herauszuarbeiten das heißt dass wir hier sagen die lippen möchte ich doch gerne wieder etwas realistischer zurückhaben ja die augen da ist das gleiche also die möchte ich eigentlich auch wieder hergestellt haben und hier fällt es auch jetzt in diesem malstil eigentlich fast gar nicht auf ja das heißt wir haben hier das wirklich immer noch dass es nach dem gemälde aussieht aber die person ist wieder zu erkennen und auch bei den ohren da hätte ich auch ein bisschen was zurückgeholt das ist nicht ganz so dass es nicht ganz so verpüft aussieht sage ich mal mehr ich gehe mal hier in die vergrößerung dass sie es auch am bildschirm sehen haben was ich jetzt hier gemacht habe ist wirklich die augen sozusagen wieder ich möchte mal sagen ja rein radiert und das geht hier mit dem grafiktablett wie sie vielleicht sehen können über die kamera hier ganz fein man kann hier einfach wild drauf los malen ich habe die deckkraft wirklich massiv auf 30 prozent reduziert dass man ein bisschen spielraum hat so das ist natürlich nicht alles ja wir haben einige fragen bekommen können wir die zwischendurch pausieren wenn die gerade dazu reinpassen dann her damit ja also die erste frage von herrn wulff lautete was ist die genaue bezeichnung für das verwendete vakuum tablett das war glaube ich ein sintik das verwendet das heißt tatsächlich vakuum sintik gibt es in unterschiedlichen größen nicht also dieses sind also folgendes die haben das so gemacht das sintik das ich jetzt hier verwende das ist tatsächlich das einsteiger tablet das gibt es nur in dieser größe was wird es sein ich glaube das ist irgendwas 14 oder zoll oder so irgendwas das gibt es nicht in anderen größen die nächsten die sintiks pro die gibt es dann in verschiedenen größen und auch mit 4k auflösung und da kann man dann richtig viel geld investieren also die sintik das gibt es tatsächlich nur in einer ausführung in der die ich es jetzt hier habe die zweite frage war wie groß und in welcher auflösung sollten die fotos sein also das ist die fotos die man umwandelt das ist im grunde genommen reicht auch ein 5 megapixel bild ja weil painter ja in dem fall das ganze wirklich um malt und man hat jetzt gerade bei einem ölgemälde gar nicht mehr so viele details ja also ich habe halt die erfahrung gemacht meine praxis erfahrung ist dass man jetzt wenn man ein bild wirklich direkt aus der digitalkamera nimmt die vielleicht 20 megapixel hat das einzige was passiert ist dass die software wirklich zu tode rechnet weil es natürlich ein riesen bild ist mit vielen pinselstrichen aber und man bekommt auch wenn man das bild auf die hälfte reduziert auch ein schönes ergebnis also grundsätzlich ist natürlich immer die frage würde ich sagen für welchen verwendungszweck die fotos brauche es macht natürlich einen unterschied ob ich jetzt sagen wir mal ein riesen 18 einzel poster bearbeite und mein gemälde dafür hochpushen möchte oder ob ich jetzt sagen wir mal für eine webwiedergabe oder wie siehst du das ja nicht peter da ist doch völlig recht also das ist natürlich auch eine sache was ich später mit dem bild machen will ich habe einfach eine erfahrung gemacht wenn man wirklich riesige bilder reinlädt dann braucht die software halt auch richtig lange dann dafür klar und das richtig umzumalen und dann haben wir noch eine frage bekommen welche formate in painter verarbeitet werden können also painter unterstützt glaube ich ziemlich viele formate unter anderem psd auch mit ebenen ist es richtig bei painter essentials bin ich mir nicht hundertprozentig sicher um ehrlich zu sein also painter essentials ist ja wie ich vorhin schon gesagt hat der kleine bruder vom großen painter und es sind ein paar unterschiede drin also ich bin mir jetzt nicht sicher also psds rausspeichern geht also ich vermute ich habe ehrlich gesagt damit noch keine psds geöffnet ich denke mal dass man sie auch öffnen kann ja also die standard formate werden glaube ich schon unterstützt also jpeg tiff auf jeden fall oder ich gucke mal ganz kurz also hier ich habe es mal gerade aufgeblendet genau painter rift tiff photoshop bmp gif jpeg png und diese dateien kann man auch genauso wieder rausschreiben was halt glaube ich in painter essentials nicht unterstützt wird sind halt die raw datei formate aber dafür gibt es ja von korrel zum beispiel after shot um damit umzuwandeln dann haben wir noch eine frage bekommen für empfehlung für cpu und arbeitsspeicher also ich denke je schneller die cpu ist mit mehreren kernen das wird ja glaube ich im essentials auch unterstützt also ich weiß es von dem großen painter dass da mehrere cpu auf jeden fall sinn machen und ich verwende mindestens 16 arbeits gigabyte arbeitsspeicher in jeder maschine die ich habe siehst du das jörg also letztlich ist es so man muss immer schauen was also ich habe jetzt hier ich arbeite jetzt hier an einem mac also ich bin auch eher so der mac mensch das heißt da kann ich einfach nur der mac ist jetzt circa zwei jahre alt hat 16 gigabyte arbeitsspeicher und damit kann man super arbeiten aber es geht wahrscheinlich auch mit einer schwächeren maschine also es ist einfach so man merkt bei painter und besonders dann auch beim großen painter natürlich wenn ich eine große arbeitsfläche habe wenn ich einen großen bild arbeite ja mit einem großen pinsel ja dann kann der rechner nicht schnell genug sein gerade bei aquarell pinseln oder so wo es ineinander fließt da spürt man natürlich sozusagen jedes bisschen an geschwindigkeit und je mehr desto besser aber ich sage jetzt mal gerade mit painter essentials kann man auch mit einer ich sage jetzt mal normalen konfiguration wunderbar arbeiten das geht schon dann haben wir gerade noch eine frage bekommen ob man auch mit microsoft surface zeichnen kann also das kann ich jetzt für den großen painter mit sicherheit beantworten ja funktioniert wunderbar beim painter essentials habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert hast du da erfahrungen jörg nee 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 gar nicht aber ich würde sagen dadurch also painter essentials ist ja nicht ich sage jetzt mal mit dem wacom tablet verheiratet also von daher wenn man an dem dem surface auch ein stift hat der druck sensitiv ist dann sollte das klappen die frage ist das weiß ich jetzt natürlich nicht ob dieser surface stift auch ich sag mal den winkel zum beispiel erkennt das weiß ich nicht druck sensitiv auf jeden fall beim großen pin da tut er das okay in der essentials müsste es echt ausprobieren ja aber notfalls wie gesagt einfach ausprobieren wenn man das surface er hat die grundfunktion müssen funktionieren auf jeden fall ist übrigens sehr sehr schnell gelaufen also ich hatte da das surface mit dem performance pack also das hat echt spaß gemacht ja sehr gut zu wissen prima super klasse okay das war's danke auch das waren ja schon eine ganze menge fragen prima dann ja danke peter und dann würde ich sagen schauen wir uns noch ein bisschen hier unsere lady an die wir noch jetzt ein wenig weiter bearbeiten wollen so also wir haben jetzt hier die augen herausgearbeitet mit dem fotokloner jetzt ist es aber so was mir jetzt hier zum beispiel bei diesem bild bei der umwandlung einfach nicht mehr gefällt das ist dieses sie sehen diesen 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 ich sage immer grün schwarzen strang der darunter geht der sah im foto noch gut aus aber jetzt in der umsetzung als gemälde er sieht es irgendwie aus als ob da was wirklich derbschief gelaufen ist da kann man jetzt eingreifen da bringt es jetzt auch ehrlich gesagt nichts wenn ich mit dem fotokloner das ursprüngliche heraus hole weil das gibt auch dem bild nichts das lenkt einfach nur ab durch seine massivität und jetzt habe ich hier mehrere möglichkeiten ich kann jetzt nämlich mit den fotomahlwerkzeugen wieder arbeiten oder den ganz normalen werkzeugen und ich kann das hier einfach zum beispiel überstempeln das heißt ich gehe jetzt hier auf die stempel funktion und ich mache es jetzt wirklich auch der kraft 100 prozent das muss man nicht mal im demo modus machen ich gehe mal hier ein bisschen runter auf ja das nehmen wir hier ja ein bisschen über 40 prozent und dass das stempelwerkzeug das funktioniert wie in jeder bildbearbeitung mit alt klick wählt man den quellpunkt und dann malt man einfach los und ich sollte den quellpunkt natürlich immer schön ändern dass es ineinander fließt und auch nicht bei 100 prozent arbeiten deckkraft sondern wie jetzt hier bei 40 ich kann es vielleicht noch ein bisschen runter schrauben auf 30 und klone mir dann halt hier aus den umgebungsbereichen einfach diesen bereich zu und dann sind wir nämlich jetzt langsam schon wirklich in der kreativen bearbeitung wo ich jetzt sage hey ich fange jetzt wirklich hier an richtig zu malen ja ich fange jetzt hier an wirklich richtig in meinem bild kreativ zu malen und es wirklich umzuwandeln auch hier gilt natürlich dass ich das ganze jetzt relativ wie so schön heißt quick and dirty zeige auch sie nehmen sich einfach zu hause ein bisschen mehr zeit um das rein zu kommen wie gesagt stempelwerkzeug funktioniert ganz identisch wie in der bildbearbeitung und dann habe ich jetzt hier den hals freigeräumt und dann habe ich jetzt hier den hals freigeräumt und das sieht schon viel viel anständiger aus im gesamtergebnis von diesem bild und ja da unten da ist jetzt noch ein stückchen das lasse ich jetzt einfach mal und dann hole ich nochmal kurz unser workshop bild her mit dem hatte ich nämlich noch was vor und zwar habe ich ja bisher nur die den fotokloner verwendet ich habe hier aber noch andere werkzeuge drin zum beispiel die kreide was bedeutet es nun wenn ich jetzt die kreide nehme in den fotomahlwerkzeugen passiert folgendes das kreide werkzeug nimmt sich auch wieder im hintergrund das foto aber ich male im kreide stil selbst drauf herum ja also ich hoffe man sieht es ein bisschen hier wird quasi dieser wisch effekt von der kreide dann einfach übernommen und ich kann jetzt hier mit dem kreide stil mein bild selbst noch weiter umwandeln das heißt ich habe hier die möglichkeit aus diesen verschiedenen fotoklonen auf diesen fotomahlwerkzeugen stile auszuwählen oder acryl deckeln und damit drüber zu malen aber painter macht folgendes er übernimmt trotz allem die struktur des fotos und die farben das heißt ich muss hier im grunde genommen keine farbe einstellen ich muss nicht auf die struktur aufpassen ich kann einfach loslegen den rest erledigt painter und klar ist auch wenn ich jetzt hier mit dem riesen pinsel drüber gehe passiert natürlich das hier aber wenn ich jetzt hier natürlich den pinsel kleiner mache dann haben wir natürlich hier kann ich im detail meinen persönlichen stil umsetzen wichtig ist natürlich auch pente erkennt ja die zeichenrichtung das heißt die müssen sie natürlich einhalten ich habe jetzt zum beispiel einfach so diesen schraffurs stil hier gewählt und dann wenn man das durch das ganze bild durchzieht wird es auch super wenn ich jetzt natürlich anfangen zwischendurch wieder in die andere richtung zu arbeiten wird es komisch also da ist painter dann auch so gnadenlos und sagt hey du willst mal also dann mal gefälligst auch richtig da kommt man dann nicht drum herum genau also wie gesagt ich habe die möglichkeit mit den fotomahlwerkzeugen nicht nur mein foto drunter herzuholen sondern ich kann hier auch mit anderen malwerkzeugen drauf malen und auf basis meines fotos künstlerisch tätig werden prinzipiell wenn sie jetzt sagen okay wenn ich jetzt eben ein ganzes bild in kreide wollte oder so dann ist es ja als ausgangsbasis doch ich wollte selbst mal los malen dann ist es als ausgangsbasis ja blödsinn wenn ich painter mein bild formalen lassen deshalb gibt es auch hier eine schöne möglichkeit auch das zeige ich noch geschwind ich hole mir hier noch mal ein neues bild her genau und das wollte ich eigentlich nicht hier holen sondern ich wollte hier wiederholen aus der übersicht so und jetzt habe ich folgendes ich kann das automatische malen den schritt zwei einfach komplett übergehen das heißt ich kann jetzt hier mit mit meinem kreide malwerkzeug einfach los starten und malen das problem ist ich sehe jetzt ja nicht wirklich im bild wo ich male ja das heißt ich mal jetzt hier auf gut glück ja und weiß aber nicht wirklich wo ich mich befinde deswegen gibt es hier die möglichkeit pauspapier anzeigen so das stelle ich jetzt aber viel transparenter dass ich nur grob sehe wo befinde ich mich eigentlich das pauspapier ist wirklich wie ein pauspapier das wird nachher im gemälde nicht auftauchen was ich jetzt hier eigentlich kurz zeigen möchte ist auch die schöne möglichkeit wie man hier dann kombinieren kann ich nehme jetzt hier wirklich den ganz großen pinsel und mal hier jetzt erstmal grob sozusagen meine grundlage als kreide das heißt ich möchte einfach den hintergrund mal richtig schön grob haben und man sieht übrigens auch hier wunderbar wie die papierstruktur berücksichtigt wird die hier im hintergrund läuft so also wie gesagt auch hier gilt wieder ich bin auch nicht boh bohs und wir haben auch nicht so viel zeit wie ihr ich glaube der hat sich sonst jemand halbe stunde genommen da müssen wir schon längst wieder durch sein deshalb hier ganz grob und das schöne ist jetzt wenn ich das pauspapier ein bisschen mehr durchscheinen lasse dann kann ich jetzt hier sagen okay ich möchte jetzt mit einer feinen kreide zum beispiel die brücke heraus arbeiten dann mache ich die größe viel 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 auf zum beispiel hier zwölf so ich habe jetzt hier die möglichkeit auch wieder im kreide stil hier die brücke schön herauszuarbeiten und durch das pauspapier sehe ich eben genau wo ich mich befinde und kann eben auch details berücksichtigen bin hier quasi nicht im blind flug unterwegs also wie gesagt ich mache das jetzt wirklich im schnellverfahren einfach mal um ein bisschen zu sehen was für kreativen spielraum man hat wenn man hier mit diesen fotomahlwerkzeugen loslegt arbeitet man muss nämlich dann hier durch diese gröberen und feineren pinsel hat man hier letztlich die möglichkeit dann wirklich eine faszinierende geschichte sich zu erarbeiten schöne bilder zu machen die vielleicht ja also wie gesagt man braucht dann auch wirklich zeit ja also wenn ich das hier fertig mache dann sieht sich ja auch zwei stunden an dem bild aber ich denke das prinzip ist verstanden natürlich könnte ich jetzt auch hier wieder fotomahlwerkzeuge meinen kloner herbeirufen rufen und könnte jetzt auch hier zusätzlich wiederum noch das original bild dazu reinholen ja also sie sehen spielraum kreativer spielraum ist hier wirklich ohne ende gegeben und ist als basis zum arbeiten ja eigentlich wunderbar pauspapier ausblenden dann sehe ich sozusagen mein endergebnis um wie es dann nachher aussehen wird ja gut was noch eine möglichkeit ist bei dieser ganzen geschichte dann ist natürlich das komplett freie malen das sei auch noch ganz kurz angeschnitten und zwar wenn ich auf ablage neu gehe und mir ein neues bild mache ich habe jetzt hier 30 mal 30 zentimeter bei 150 dpi das ist letztlich ausreichend normalerweise bei druck sagt man sollten 300 dpi sein aber wenn sie es jetzt auch für zu hause haben oder zu hause ausdrucken wollen sind 150 dpi ausreichend je größer die auflösung des bildes desto ja sage ich mal schnelleren rechner brauchen sie auch okay und wenn ich hier wirklich ein leeres blatt habe kann ich auch mit sämtlichen werkzeugen die ich hier zur verfügung habe dann wirklich komplett frei losmalen ja beispielsweise mit hier einem acryl deckend ja habe ich hier die möglichkeit dann einfach loszumalen und mein bild ganz nach wunsch hier zu gestalten wie von einer digitalen staffelei das schöne ist aber natürlich ich habe ein rückgängig pinsel das heißt ich kann oder rückgängig werkzeug kann jederzeit meine pinsel schritte zurück machen ich habe hier auch die möglichkeit über die verschiedenen ebenen zu arbeiten kann mir hier verschiedene ebenen anlegen ich habe noch die möglichkeit text anzulegen und hier das bild zu beschneiden ich kann spiegelmodus machen das heißt in diesem spiegelmodus ist so eine art kaleidoskop dann habe ich die möglichkeit ich schaue mal kurz aber das kannst wir anlegen können ob es funktioniert eine geschichte es funktioniert gerade nicht das ist aber auch nicht dramatisch dann machen wir das einfach ein andermal wir haben genug so zu tun sie haben die möglichkeit hier einfach sehr viel zu machen auszuwählen und wirklich kreativ zu sein und das ist eigentlich das was painter essentials ausmacht es lohnt sich ein bisschen in die software sich rein zu versetzen mit der software zu arbeiten um dann wirklich tolle ergebnisse zu erzielen und das ist es wo mich eigentlich an painter echt fasziniert und wo dann letztlich auch der spaß daherkommt vielleicht noch ganz kurz gesagt ich habe die ganze zeit immer den painter den großen painter erwähnt im painter 2020 letztlich der größte unterschied ist dass wir hier in painter essentials 6 ca 100 malwerkzeuge haben painter 2020 hat ich glaube 800 verschiedene malwerkzeuge und man kann die auch noch erweitern und was man auch sagen muss die malwerkzeuge wie zum beispiel der aquarellpinsel die sind noch ein tick ausgefeilter das heißt da fließt dann wirklich die farbe ineinander und dann mit wasser drüber kann wasser quasi drüber kippen ja also wir uns wirklich bei wasserfarben macht da hat painter 2020 wirklich jede menge zu bieten und da wenn man wirklich ambitioniert ist lohnt sich dann schon das upgrade das einfach noch so am rande gesagt das ist eigentlich so der hauptunterschied die malwerkzeuge sind noch mal deutlich ausgereifter das muss man einfach sagen painter essential ist da einfach zum einstieg gedacht als einstiegsdroge und dann kommt sozusagen obendrauf der painter 2020 und der auch noch viele funktionen hat die man auch einer bildbearbeitung eigentlich kennt gut ja und dann schaue ich jetzt gerade auf die uhr und da muss ich sagen wir sind ja schon fast am ende und da darf ich doch jetzt einfach noch mal den peter fragen ob noch welche fragen aufgetaucht sind es ist nur eine einzige neue frage aufgetaucht und das werde ich jetzt einfach mal als großes kompliment jörg und zwar die frage wird es ein weiteres webinar dazu geben also da wäre jetzt vielleicht noch prinzipiell also wenn wir schon die frage im raum stehen haben ich meine was ich jetzt hier gemacht habe ist ein einsteiger webinar ich muss auch ganz klar sagen ich bin kein großer künstler auch ich bin ganz dankbar dass painter diese auto paint funktion hat prinzipiell wir haben aber auch natürlich painter art ist am start ja die frage wäre jetzt wenn sie schon so so im raum steht ob es noch ein weiteres webinar gibt ich denke da geht es darum um was erweitertes in welche richtung was denn interessant wäre ja weil da kann man natürlich man kann ja mit painter ich sag mal sowohl mangas zeichnen als auch ein van gogh öl gemälde und da gehen natürlich die interessen sage ich mal von wirklich ganz weit auseinander also das wäre dann für eine weitere geschichte durchaus spannend zu wissen um dann mal zu gucken was wir noch veranstalten können wir hatten ja ein webinar geplant mit einem der führenden painter artists in deutschland und in europa mit dem peter lütke wissing der wollte painter in verbindung mit korreltraum mal zeigen und zwar war das für herbst angedacht das bleibt ja sicherlich dabei und da lohnt es sich auf jeden fall mal sich rein zu wählen genau also letztlich ist es auch so wenn sie jetzt hier teilgenommen haben sie erhalten grundsätzlich auch die neuen einladungen zu den webinaren die wir von korrell aus veranstalten bekommen sie automatisch zugeschickt und da steht dann eben auch drin was es sozusagen immer in den nächsten wochen für webinare gibt da können sie einfach teilnehmen wie jetzt auch hier einfach sich einwählen und zuschauen und es gibt auch wie immer dann die aufzeichnung und das ebook dann im nachgang noch mal per e mail genau und ansonsten wäre ich jetzt am ende und würde dann von meiner seite aus ihnen noch einen schönen abend wünschen ich bedanke mich sehr fürs zuschauen fürs zuhören und würde mich freuen wenn man sich bald mal wieder bei einem webinar von korrell sieht ja alles gute und schönen abend und auch danke dir peter für deine arbeit ja gern geschehen tschüss danke tschau